BR 2018 Crybabys, Crybabys Magic Tears Die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer Crybabys Icy World Was bisher geschah und diese Kälte Die ganze Tutti Frutti Bucht ist gefroren Die Kälte kommt durch das Loch im großen Baum Es ist unser altes Heim Los, bewegt eure Füße Gehen wir! Ein Loch in eine andere Welt Kommt runter, das ist so cool Aber ist es kalt da unten? Ich komme! Das ist so toll! Mein Herz rast voll Tada! Kommt schon, Babys! Was für ein toller Pyjama, Tina! Ja, aber ich kann kaum etwas sehen von hier Macht euch keine Gedanken Folgt mir! Es ist so dunkel! Und so kalt! Sind wir schon da? Die Dinos kochen gerade Dinosuppe! Lecker! Seht, wir sind da! Wow! Ist das der Ort, aus dem die Kälte entweicht? Schöner Mist! Für dieses Problem brauchen wir eine List Wow! Warum habt ihr uns nie von eurer Welt erzählt, Tina und Dina? Was für ein schöner Ort! Und alles ist gefroren! Ja, es ist alles gefroren! Wo ist meine Cousine? Ist sie verloren? Cousine! Cousine Phoebe, komm her! Es ist zu lange her! Stella, du bist zurück! Und du auch, Dina! Ja, wir sind etwas besorgt! Die Kälte der Icy Welt bringt in unsere Welt ein! Wir machen uns auch Sorgen! Seht doch! Alles hier schmilzt! Keine Sorge! Gemeinsam schaffen wir das! Ich bin Coni und das sind... Hallo! Shana und Crystal! Freut mich, euch kennenzulernen! Kommt! Ich stelle euch meine Freunde vor! Das war's! Das war's! Meine neue Kreation! Toll! Findest du nicht auch, Nisu? Hey, Sauru! Wir haben Besucher! Besucher? Schön, euch kennenzulernen! Bitte entschuldigt sie! Wisst ihr, wir bekommen nie Besuch! Sie ist sehr schüchtern! Kommt mit! Ich stelle euch die anderen vor! Tilo, wir haben Besuch! Besuch? Babys, es ist schon so lange her! Wir sind eure Freunde! Ich bin Coni, das sind Crystal, Shana, Dreamy... Möchtet ihr etwas von der Dinosuppe? Sie wird euch aufwärmen! Obwohl es hier gar nicht zu kalt ist in letzter Zeit! Mh, das riecht gut! Es riecht gut! Und es schmeckt sogar noch besser! Köstlich! Bekomme ich noch etwas mehr? Hat jemand Besuch gesagt? Hallo, willkommen! Vorsicht! Oh! 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 Sie haben Kräfte! Oh! Oh! Das war mein Willkommensgeschenk! Schon okay! Kein Problem! Entschuldigt, dass ich vorhin weggelaufen bin! Ich musste mein Tütü anziehen, um für euch zu tanzen! Kommt schon! Die Eislaufbahn ist nicht mehr so gefroren wie früher! Aber sie ist trotzdem toll! So ist es viel besser! Au! Ah! Wow! Wunderschöne Blumen! Ich liebe Eislaufen! Das ist mir noch nie passiert! Das liegt daran, dass das Eis auftaut! Es gibt ein riesiges Loch, durch das die Kälte entweicht! Deshalb sind wir hier! Hier schmilzt das Eis! Aber in unserer Welt friert einfach alles ein! Keine Sorge, Sauru! Wir holen Hilfe! Wenn noch mehr Kälte durch das Loch entweicht, schmilzt unsere Welt! Wir gehen zur Prinzessin und zum Prinzen! Sie wissen echt alles! Sie haben ihre Augen überall! Prinz und Prinzessin? Wo sind sie? Dort! Im Schloss! Wow! Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen! Wissen sie auch, dass ich eine Blume gepflückt habe? Wow! Uh! Hm? Warum verbeugen sie sich vor den Statuen? Keine Ahnung! Wo sind denn jetzt der Prinz und die Prinzessin? Äh... Willkommen in der Eicy Welt! Oh, Tina! Dina! Stella! Ich bin so froh, euch wiederzusehen! Und euch auch! Und ja, Coni! Wir wissen wirklich alles! Ups! Wir wissen, dass ihr hier seid, weil ihr besorgt seid, dass die Kälte entweicht! Überall Eis ist eingefroren! Ruhe! Stella? Die Kälte aus der Eicy Welt entweicht und friert andere Welten ein! Und unsere Welt wird schmelzen! Die Kälte entweicht durch den Baum! Wenn ihr uns helft, wäre das ein Traum! Das ist das Loch, durch das der ganze Schlamassel entstand! Wir wissen nicht, wie wir es schließen können! Daher bitten wir um euren Verstand! Wir dürfen keine Zeit mehr verschwenden! Wir müssen die Kälte aufhalten! Wir müssen schnell eine Lösung finden, sonst ist das Gleichgewicht der Welten verloren! Für immer! Seid ihr bereit, Babys? Ja! Fortsetzung voll! Auf zum Beispiel! Auf dem Fall! 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 Hier schmilzt das Eis, aber in unserer Welt ist alles gefroren! Wir gehen zur Prinzessin und zum Prinzen! Wir müssen schnell eine Lösung finden! Seid ihr bereit, Babys? Ja! Die perfekte Lösung! Wir haben nicht viel Zeit, wir müssen in der Kälte bleiben! Aber was sollen wir tun? Das Loch ist sehr groß! Wow! Gefällt es euch? Das ist eine magische Grube, die unsere Geschichte enthält. Wow! Was geschah, als der Meteorit fiel? Zusammen! Was war mit der Roboter-Plage? Wir haben sie abgeschaltet. Als das Geisterbaby erschien, sind wir gerannt. Zusammen! Wie schließen wir das Loch, um die Kälte zu halten? Mit einer Tür. Eine Tür? Die Lücke ist sehr groß. Also brauchen wir eine riesengroße Tür. Mit einem großen Bogen. Eine Tür, die sich öffnet und schließt. Und einen Knauf. Also, Babys. Bereit zusammenzuarbeiten? Ja, wir sind das Team Nummer 1. Und wir sind Team Nummer 2. Team Nummer 3. Wir werden super sein. Hier ist die Anleitung. Ihr müsst sie alle durchlesen. Anleitung cool! Zusammen. Ich glaube, sie haben nicht verstanden, dass sie als Team und nicht in Teams arbeiten müssen. Entspann dich, sie kriegen das hin. Au! 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 Hat jemand Lust auf ein bisschen Dinosuppe, um Energie zu tanken? Ja! Ja, die Arbeit im Team ist sehr anstrengend. Hey, aber was ist mit uns? Aber lasst uns zuerst die Tür sichern. Unsere Tür zuerst! Nein, unsere zuerst. Unsere wird besser aussehen. Oh, sie ist sehr klein. Versuchen wir unsere. Hä? Sie ist auch zu klein. Ich bin sicher, unsere Tür wird auch zu klein sein. Es funktioniert nicht. Sie sind alle zu klein. Hm. Ah! Das ist zu schwer. Das verstehe ich nicht. Wir haben die Anleitung doch genau befolgt. Ihr habt das sehr gut gemacht. Aber jede Seite des Handbuchs war für einen anderen Teil der Tür. Oh! Jetzt müsst ihr sie nur noch zusammensetzen. Wisst ihr wie? Zusammen! Und jetzt noch das letzte Teil. Jetzt fehlt uns nur noch der allerletzte Schliff. Der Knauf! Hm? Der Knauf? Das stand nicht in der Anleitung. Der Knauf! Wie habt ihr das gemacht? Danke, ihr habt uns gerettet. Jetzt können wir die Kälte aufhalten. Das ist die schönste Tür, die ich je gesehen habe. Und wir haben sie gebaut. Zusammen! Eici Wolf, magic tears! Wow! So cool! Die Tränen unserer Welt geben unseren Kreationen den letzten Schliff. Sie machen sie perfekt. In der Eici-Welt ist es wieder kalt. Diese Tür hilft die Kälte einzuschließen. Und nach und nach wird alles wieder so werden, wie es sein soll. Vielen Dank, Prinzessin. Ihr habt uns wirklich geholfen. Die Eisbahn ist wieder ganz gefroren. Das ist einfach. Versucht das. Die жизнь hat mich geholfen. Die sind die Geschichte. Die diese keine Freunde haben lassen. Die ZU-Welt werden in der Nähe rausgekommen. Ich hab's nicht geholfen. Wir haben keine Ahnung mit den Armen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer wird gewinnen, als die Tutti-Frutti-Bucht gefroren war? Und schließlich Wassermelone und Ananas. Wow, es schmeckt nach Banane und Traube. Hey, ich mache Wassermelone-Ananas. Und warum machen wir nicht zur Abwechslung mal etwas anderes ohne Ananas? Aber mit Ananas schmeckt das Eis besser. Mit Trauben schmeckt es besser. Wassermelone-Ananas. Banane-Traube. Wassermelone-Ananas. Banane-Traube. Wassermelone-Ananas. Wow. Ups. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen entscheiden, wer für die Fabrik verantwortlich ist. Ich bin für die Zubereitung des Eises zuständig. Aber ich will die Entscheidung treffen. Okay, lassen wir die Babys entscheiden, wer die Verantwortung hat. Hm, okay. Hm, entspannen. Babys. Stimmt für Pia. Was machst du da, Pia? Warum verteilst du Flyer mit deinem Gesicht drauf? Damit ihr mich wählt und nicht Grace. Ich will die Leitung der Fabrik übernehmen. Aber Grace will das auch. Also müsst ihr euch für eine entscheiden. Nur eine? Aber was macht die verantwortliche Person? Wenn ihr mich wählt, dann werde ich... Hier bin ich. Stimmt für Grace. Da kommt die zweite Kandidatin. Hi, Pia. Ich habe eine Idee. Machen wir ein Duell, um zu sehen, wer die Beste ist. Okay. Die Beste soll gewinnen. Das bin ich. Hm, nein, das bin ich. Heute werden wir entscheiden, wer die Leitung der Fabrik übernehmen wird. Hurra! Komm, Nati, es geht gleich los. Seid ihr bereit, unsere Freundin mit Fragen zu löchern? Wenn ihr Pia wählt, klickt auf ihr Gesicht, um für sie zu stimmen. Wenn ihr aber Grace bevorzugt, klickt auf das Gesicht von Grace, um für sie zu stimmen. Hey, jetzt noch nicht. Erst wenn ihr mit ihren Antworten einverstanden seid. Oh, das ist also eine Debatte. Wir stellen Fragen und sie beantworten sie. Die Gewinnerin des Duells ist diejenige mit der höchsten Punktzahl. Bereit? Mhm. Die erste Frage kommt von Scarlett aus Storyland. Was ist eure liebste gefrorene Frucht? Ananas. Liebste? Hm, ich liebe sie alle. Okay. Koali fragt aus ihrem Wohnwagen, woher wisst ihr, welche Eissorten wir mögen? Na, ich werde alle Babys nach ihrer Lieblingssorte fragen. Warum soll man sich entscheiden, wenn man sie alle haben kann? Ich, ich, ich. Nur zu, Crystal. Könnt ihr ein Eis mit Meeresgeschmack herstellen? Ähm, nein. Zu salzig. Natürlich kann ich das. Wenn du es dir vorstellen kannst, kann ich es kreieren. Gibt es noch mehr Fragen, Babys? Ja, ich. Ihr wisst ja, in der Fabrik bleiben manchmal viele Früchte übrig, die verfaulen. Was würdet ihr tun, um zu vermeiden, dass das Obst weggeworfen wird? Oh, das ist eine sehr wichtige Frage. Nun, vielleicht geben wir es unseren Haustieren. Und du, Pia? Ähm, wir werden die übrigen Früchte nehmen, um ein besonderes Eis mit allen Geschmacksrichtungen herzustellen. Tutti Frutti Eis. Hurra, ja, tolle Idee. Es scheint, als hätten wir bereits die höchste Punktzahl erreicht. Die Person, die die Eis-Fabrik gleiten wird, ist Pia. Ja. Danke, dass ihr mich gewählt habt. Hey Babys, von jetzt an kümmere ich mich alleine um alles. Ihr könnt euch entspannen. Wir müssen in die Fabrik, um mit Pia zu sprechen. Ja! Oh nein, das ist eine Katastrophe. Aber was ist denn hier los? Verantwortlich zu sein ist Harz. Ich kann nicht alles allein machen. Wir haben echt genug von Ananaseis. Ja, du hast recht. Aber ich habe keine neuen Ideen. Aber wir können dir helfen. Können wir wieder ein Team sein, bitte? Ja, klar. Macht dir keine Sorgen. Das Ziel ist Joby. Los, Babys. Beseitigen wir dieses Chaos gemeinsam. Ja, ich übernehme die Reinigung. Pia, wir arbeiten doch als Team. Oh, Entschuldigung. Oh! Oh! Crybabys, Crybabys, Magic Tears. Die Welt voller Freundschaft und neue Geschäfte Abenteuer. Crybabys. Eisige Überraschung. Als die Tutti Frutti Bucht gefroren war. Das ist der letzte Schritt in meinem Geburtstagstanz. Seht her. Okay, jetzt seid ihr dran. Das war sehr... Durchschnittlich. Oh, wir werden noch viel üben müssen. Geht es euch gut? Hä? Was ist das? Wow! Schöne Farbe. Dieser Apfel ist bestimmt köstlich. Hm. Jetzt schmeckt er nach Erdbeere. Jetzt nach Traube. Wow! Eine Überraschungsfrucht. Jetzt schmeckt sie nach Birne. Seht mal. Da ist noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Ich weiß. Ich mache Überraschungsfruchteis zu meinem Geburtstag. Das ist besser als jeder Tanz. Lasst euch nicht stören. Hä? Wow! Es schmeckt nach Banane. Wow! Jetzt nach Himbeere. Das ist gar nicht möglich. Gib mal her. Ich will probieren. Hm, Banane. Apfel! Ich liebe es. Ja. Das hier ist meine Überraschungs-Eis-Kreaktion. Das ist so cool. Ich bin sicher, alle werden es lieben. Ich bin gleich zurück. Was für eine Frucht ist das? Eine, die ich am See gefunden habe. So gut. Holen wir mehr. Ja. Nun, die Sache ist, es gibt nicht so viele. Und ich möchte welche für meine Geburtstagsfeier haben. Wow! Eine tolle Idee. Hey, ich bin zurück. Was ist eine tolle Idee? Grace möchte aus den Überraschungsfrüchten Eiscreme für ihren Geburtstag machen. Ist das nicht cool? Oh-oh. Ich habe gerade alle eingeladen herzukommen und es zu probieren. Aber dann sind keine Überraschungsfrüchte mehr übrig. Okay. Dann machen wir ein paar mit dieser Frucht und den Rest mit Überraschungen. Wie, äh... Gewürzen! Oder Salz. Ja, tolle Idee. Kommt, Babys, machen wir Eiscreme. Orange mit Öl. Banane mit Curry. Und was mische ich zu den Erdbeeren? Na klar! Zucker. Sehr viel Zucker. Hört her, hört her. Ich habe Überraschungseis für euch. Überraschungseis? Wow! Es leuchtet. So ein Eis habe ich noch nie gesehen. Das ist eine Überraschung. Probier mal. Mh, so lecker. Hey, es schmeckt nicht nach Erdbeere. Es schmeckt nach Birne. Ich liebe Birne. Es schmeckt so gut. Wahnsinn! Hey, ich will auch so eins. Ja, und ich will noch eins. Oh, aber es sind schon alle weg. Hey, aber bei mir gibt es noch welche. Ja! Und wonach schmeckt das? Eis. Und welche Sorte ist das? Erde. Ihhh. Mh, so lecker! Ich möchte noch eins. Hey, ich will auch so eins. Es scheint zu funktionieren. Mh, der Geschmack ändert sich ja gar nicht. Aber es ist köstlich. Lass mich mal. Mh, das ist sehr süß. Was ist da drin? Ähm, da sind nur Erdbeeren und Zucker drin. Sehr viel Zucker. Au! 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 Mein Bauch! Zu viel Zucker ist schlecht für den Bauch und die Zähne. Oh nein, das wusste ich nicht. Es gab nur noch Erdbeeren und Zucker. Oh, mein Bauch. Das ist eine Katastrophe. Die Babys sind meinetwegen krank. Ahaha! Keine Sorge. Ich glaube, ich habe die richtige Medizin gegen Bauchschmerzen. Ich wusste es. Hier ist sie. Mal sehen. Äh. Äh. Das schmeckt sicher scheußlich. Niemand will das trinken. Aber wenn sie es nicht trinken, geht es ihnen nicht besser. Ja, was sollen wir tun? Mischen wir es doch einfach mit Eiscreme. Gute Idee. Wir machen ein Medizin gegen die Bauchschmerzen-Eis. Aber es ist nichts mehr da. Nun, wir haben noch die Überraschungsfrucht. Aber was ist mit deinem Geburtstag? Warum sollte ich meinen Geburtstag feiern, wenn meine Freunde krank sind? Kommt, helfen wir den Babys. Es ist perfekt. Ah, so gut. Wir sind zurück. Und wir haben noch mehr Überraschungs-Eis. Nein, wir wollen kein Überraschungs-Eis. Versucht es. Das hier ist gut für euch. Hey, mein Bauch tut gar nicht mehr weh. Und es schmeckt nach Ananas. Und jetzt nach Himbeere. Meinen schmeckte erst nach Banane und jetzt nach Melone. Das ist das allerbeste Eis der Welt. Ja, aber was ist da drin? Überraschung. �ü. Da. Aufschりung. Dabas. Ja. Cevin Nonetheless Cry Babies, Magic Tears. Die Welt voller Freundschaft und Magischung. Cry Babies, Happy Flowers. Die Zuckerwatte-Wald-Parfüms. Teil 1. Ich liebe das Parfüm. Ich würde gerne die Babys kennenlernen, die es herstellen. Es tut mir leid, aber nur noch ein Tropfen übrig. Hä? Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Hä? Äh? Nein! Hä? Was auch immer passiert ist, war wohl schrecklich. Lulu hat meinen letzten Rest Parfüm benutzt. Ich weiß, wie es dir geht. Aber es wird schnell. Okay, vielleicht war ich dramatisch. Aber es riecht so gut. Und du kannst es sogar online bestellen. Es geht sofort raus zu deinem Haus. Ja, ich hab's schon bestellt. Sollte nicht lange dauern. Da ist es. Das muss mein Parfüm sein. Und meins auch. Hahaha. Und meins auch. Ja. Und meins? Oh, hey, du hast eins vergessen. Meine Bestellung war nicht dabei. Oh, mein Parfüm. Sie haben mich vergessen. Willst du das Geheimnis aufdecken, musst du den Zuckerwatte-Wald entdecken. Aber das ist zu weit weg. Zuckerwatte-Wald? Äh, warst du etwa schon dort? Zeig's mir! Zeig's mir! Zeig's mir! Au! Bitte, bitte, bitte! Okay, okay, wir gehen ja in den Zuckerwatte-Wald. Aber du brauchst ordentliche Schuhe, denn es ist eine sehr lange Reise. Hab ich! Da sind wir schon. Mh, es riecht so gut. Ich liebe es hier. Wahnsinn. Die Bäume, die Blumen, alles riecht wundervoll. Ah, wir haben Besuch. Wer bist du? Ich bin Ava. Bist du hier, um uns zu besuchen? Wohnst du hier? Woher kommst du? Machst du etwa die Parfüms? Wofür sind deine Antennen? Okay, okay. Ava, das sind Lady und Lulu. Ich bin Dreamy und das ist Rimm. Schön, dich kennenzulernen! Ich liebe eure Parfüms. Das ist so großartig. Der Zuckerwatte-Wald ist ein unglaublich schöner Ort. Es ist so cool, dass ihr hergekommen seid. Suchen wir die anderen. Sie werden sich sicher freuen. Hey, wir haben Besuch. Lady und Dreamy und ihre Haustiere Lulu und Rimm. Hi, ich bin Mila. Schön, dich kennenzulernen. Was für ein schönes Haus. Und das Gewächshaus ist fantastisch. Und alles riecht unglaublich gut. Weißt du, sie liebt Parfüms wirklich. Und wie stellt ihr die Parfüms her? Mein Parfüm. Oh, ganz einfach. Man... Hilfe! Keine Bremsen. Ah! Oh, immer dasselbe. Sie wird dich umfahren. Passiert nicht zum ersten Mal. Rose, alles okay? Mir geht's gut. Nichts kaputt gegangen. Keine Sorge, Rose. Ups, äh, ihr wisst ja, ich bin nicht zu bremsen. Wow! Flowers, magic tears! Wow! Rose ist eine Meisterin des Parfüms. Seht, so werden die Parfüms gemacht. Let me tell you what we're gonna do. We'll create a new perfume for you. There are so many smells to discover under the sun. Creating Parfüms is so much fun. Wildrose mit einem kleinen Hauch von Regenbogenwatte. Jasmin mit Vanilleessenz. Wow! Das von den Blumen erzeugte Aroma ist die reinste Essenz der Parfüms. Wenn ein einziger Tropfen auf euch landet, behaltet ihr den Duft für immer. Deshalb müsst ihr wissen, wie man sie mischt. Passt auf! Lasst uns ein Frühlingswildblumenparfüm kreieren. Das reicht für einige Flaschen. Super, ich helfe dir. Lulu! Tut mir leid, wir haben kein Parfüm mehr zu Hause. Die Bestellung kam nicht an. Oh oh, das ist Sophias Aufgabe. Und heute hat sie gar keine gute Laune. Alles ist falsch. Einfach alles. Sophia! Wir haben Besuch. Hi! Entschuldigt die Unordnung. Ich bin nicht immer so chaotisch. Normalerweise ist alles aufgeräumt. Aber ich habe die Liste mit den Parfümbestellungen mit der Liste für besondere Geschenke verwechselt. Oh oh! Das ist mir noch nie passiert. Aber es sind so viele Aufträge. Äh, wir finden sicher eine Lösung. Na klar, ich habe eine tolle Idee. Zusammen schaffen wir das! Fortsetzung folgt. Die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. In der letzten Folge. Ich würde gerne die Babys kennenlernen, die es herstellen. Nein! Nadys Suche nach ihrem verlorenen Parfüm führte sie in den Zuckerwattewald. Tut mir leid, wir haben kein Parfüm mehr zu Hause. Dort traf sie Sophia, eine fröhliche Blume mit einem kleinen Organisationsproblem. Das ist mir noch nie passiert. Zusammen schaffen wir das! Also, wie willst du das hier in Ordnung bringen? Wir bilden eine Produktionskette. Eine Produktionskette? Ja! Jeder wird sich um eine Sache kümmern. So werden wir schneller fertig. Ja! Vielen Dank für eure Hilfe. Und dann kannst du mir den ganzen Zuckerwattewald zeigen. Gute Idee! Wir müssen nur dafür sorgen, dass jedes Baby das richtige Parfüm bekommt. Und dann das Etikett aufkleben. Ich übernehme die Liste. Dann rieche ich an den Parfüms für die Babys. Und ich klebe die Etiketten auf. So werden wir schnell fertig. Ja! Lady, Jimmy, seid ihr bereit? Das erste ist für Angie. Sternen-Orangen-Parfüm. Violette Lavendel. Rosa Wolken. Sternen-Orange. Fertig. Das nächste? Wir räumen alles auf. Alles kommt an seinen Platz. Tina. Parfüm der Poesie. Riecht, riecht, riecht so gut. Macht schon schnell. Parfüm für Tina. Für Tina? Äh, ich klebe das Etikett auf. Wie cool. Bald erkunden wir den Zuckerwattewald. Die Produktionskette funktioniert super. Für Dotti. Zuckersüßes Erdbeerparfüm. Oh, warte. Nein, nein. War das für Ella? Nein. Tropisches Gänseblümchen? Genau, Gänseblümchen. Das Gänseblümchen-Parfüm ist für Ella. Ella? Nicht Ella, Dotti. Dotti oder Ella? Gänseblümchen-Blüte für Ella. Mir ist so schwindelig. Oh, alles riecht gleich. Lady, Navi, Fancy, Daisy. Wusstet ihr, dass Ellas Lieblings-Eissorte Banane ist? Aber das will sie Nana nicht sagen. Hast du Nana gesagt? Nana oder Lala? Nein, also Nana. Geschafft! Ja! Ja! Bitte was? Muss ich das alles ausliefern? Ja! Und sieh nur, wie ordentlich alles ist. Hä? Äh, ja. Es sieht sehr ordentlich aus. Okay, dann düse ich mal los. Brauchst du einen kleinen Schubs? Und jetzt kannst du mir die Zuckerwatte-Watt zeigen. Hä? Nein! Nein! Ha! 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 Alle Bestellungen waren falsch. Ihr habt wieder die Etiketten vertauscht. Die Babys haben die falschen Parfüms erhalten. Und ich bin wirklich erschöpft. Es tut uns sehr leid. Wir haben uns so beeilt, dass wir alles falsch gemacht haben. Ja, ich konnte es kaum erwarten, den Zuckerwatte-Wall zu erkunden. Es ist so ein besonderer Ort. Und ihr seid so cool. Wir waren nicht sehr aufmerksam. Aber es wird nicht wieder vorkommen. Verzeiht ihr uns? Natürlich. Wir sind Freunde. Mit mir. Das ist so gut. Das sind keine Fehler. Los geht's! Bei so vielen Aufträgen müssen wir aufpassen. Das war's. Wir kümmern uns darum. Lulu und Rim gehen mit dir zum Strand. Lieferung für Angie. Hm. Lieferung für Ella. Ich bin hier. Und für Coni. Ja. Toll. Wir sind schon zurück. Wir lieferten alle Aufträge. Alles lief perfekt. Vielen Dank, Babys. Wenn ihr so viele Bestellungen habt, wisst ihr, wo ihr uns findet. Gemeinsam sind wir ein perfektes Team. Endlich. Jetzt kann ich einen Parfüm-Schnupp haben. Wo ist es? Äh, Lulu. Ich fand es. Noch bis father. seem with security. There's no problem. Der Hybrid ist im Allround. Aber Cup in den Kopf war's nju 수가. Das kommt, dass Geld nicht knapp Zurück der auf Hähn on-tale Und jetzt ist es Zeit, sich zu entspannen. Na klar. Wo ist der Keks? Richtig. Was habe ich nur für ein schlaues Hühnchen? Rocky-Ball-Hühnchen auf der Baumspitze. Zeit für deine Impfung. Wir wollen doch keine Flöhe haben, oder? Spot, komm zurück. Spot, es tut nicht weh. Nimm noch einen Keks. Huch, warte doch mal. Was macht dieser Zweig hier? Das ist nicht gut für die Blumen. Wie sollen wir denn so schönes Parfüm herstellen? Problem gelöst. Was war das? Oh, es ist ein kleiner Hund mit einer großen Beule. Wir werden uns gut um dich kümmern. Ich nehme ihn mit. Du brauchst einen Namen. Aber welchen nur? Kiwi, Bibi, Mimi, äh, ich weiß, Bumpy. Spot, Spot, Spot. Keine Sorge, Dotti. Ich bin sicher, er kommt bald zurück. Was ist denn los? Wir müssen Dotti helfen. Warte, sind das nicht Spots Kekse? Seht, der Kekspfad führt in den Zuckerwatte-Wald. Oh nein, der arme Spot, er wird sich fürchten. Wir haben so viel Spaß mit Bumpy. Hi, ich bin schon hier. Das ist Rose. Sie bringt sicher ein paar tolle neue Parfüms mit. Gehen wir. Uff, es ist so heiß hier in der Tutti-Frutti-Bucht. Denkt ihr auch, was ich denke? Cry-Smoothies! Aber wir müssen Spot finden. Dann suche ich halt ohne sie weiter. Spot, Spot, wo steckst du denn nur? Dann bist du also Bumpy. Ich habe ein Parfüm für dich. Ähm, dieses hier. Darin sind Goldstrahlen, denn du strahlst so hell wie die Sonne. Genau die. Liebesblumen, weil du so schön und süß bist. Und träum süß. Unglaublich, du kennst ja alle Blumen. Du wärst ein echt toller Helfer bei der Parfümherstellung. Guter Junge Bumpy. Du hast eine unglaubliche Nase. Wir werden Millionen von Parfüms kreieren. Hä? Spot? Schnell, hol Koni und Bruni. Spot ist hier. Spot! Spot! Sieh mal, wie gut er aussieht. Du bist so süß, Bumpy. Wer ist das Baby? Und hä, was macht sie mit Spot? Und warum nennt sie ihn Bumpy? Hi, entschuldige, aber du verwechselst da etwas. Ich bin Dottie und das ist mein Hund. Er heißt Spot. Komm her, Spot. Komm mit mir. Wir müssen zurück nach Hause. Hi, ich bin Mila und der Hund heißt nicht Spot, sondern Bumpy. Wir haben ihn allein und benommen im Wald gefunden und jetzt wohnt er bei uns. Aber was redest du denn da? Sein Name ist Spot und er verhält sich seltsam. Ich bin sicher, dass ihm etwas zugestoßen ist. Komm her, Spot. Vielleicht hast du ja Fieber. Er ist weggelaufen, weil er seine Spritze bekommen soll. Und die mag er nicht. Nun, er scheint hier glücklich zu sein. Er schnuppert den ganzen Tag an Blumen. Ja, er hat einen super Geruchssinn. Und er ist auch ein sehr guter Freund. Mein bester Freund. Du hast ihn sehr lieb, nicht wahr? Ja, und er mich auch. Irgendetwas stimmt nicht mit Spot. Mit Bumpy. Aber warum nennst du ihn Bumpy? Als wir ihn fanden, hat er eine Beule. Oh, das ist es. Er muss durch den Stoß sein Gedächtnis verloren haben. Vielleicht könntest du etwas tun, was ihm vertraut ist. Dann erinnert er sich an dich. Komm, Bumpy. Spiel mit Dottie. Dottie ist lieb. Ah, der Keks. Komm schon, Spot. Wo ist der Keks? Aber geh doch nicht weg. Bist du nervös, Spot? Rocky bei Hühnchen auf der Baumspitze. Komm schon, Spot. Erinnere dich an mich. Ich habe dich wahnsinnig lieb. Oh. Ich habe dich so sehr vermisst, Spot. Was hast du denn? Na klar doch. Hier ist noch ein Keks. Die schmecken dir gut, oder? Hahaha. Vielen Dank, dass ihr euch um Spot gesorgt habt. Besonders du, Mila. Wir besuchen dich mal im Zuckerwattewald. Und dann können wir alle zusammen spielen. Okay? Bis bald, Bumpy. Alles Gute. Hier, Dottie. Parfüms für deine Freunde. Oh, ich danke dir. Ich stecke sie in meinen Koffer. Uff, so viel Zeug. Da ist nicht genug Platz. Das raus. Das raus. Das. Oh. Wartes, Spot. Hahaha. Wie lange, Dottie? Das Spot. Das ist, was ich hier. 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 Das ist, was dich.